ok daran erinnere ich mich was bedeutet dass ich das hier wahrscheinlich schon erledigt habe aber ich will trotzdem mal gucken ob es wirklich so ist aber ich glaube schon das sieht also wenn es hier nicht irgendwelche dinger doppelt gibt ja da war ich schon da liegt der fuchs ok dann gehen wir jetzt weiter zu dem da hinten knack ist der arsch eingeschlafen hoffen wir doch mal dass der streifen dahinten der letzte ist denn sonst weiß ich wirklich nicht weiter ok da muss ich hier durch wie mir scheint ohne scheiß das ist doch das ding wo ich gerade war also bei dem ich gerade war bin ich schon wieder in die falsche richtung gelaufen oder was ist hier los oh man zeigt mir den fuchs doch einfach mal wenn der fuchs das einzige ist woran ich erkenne ob ich da schon war dann finde ich wäre es sinnvoll wenn man den schon von bisschen näher von bisschen weiter sieht da ist er nämlich gut dann gehe ich weiter im kreis und jetzt zu dem da hinten auch wenn ich der meinung bin dass ich da gerade eben schon war aber anscheinend gehe ich ja an manchen stellen immer noch immer wieder in die falsche richtung denn sonst müsste ich ja alle vier mittlerweile haben so dahinten das ist wieder der auf der brücke hinter der figur den haben wir okay dann gehen wir doch mal hier rum und schauen uns die da hinten an ich kann mir nicht vorstellen dass ich nennen dass ich nen gang vergessen habe ich glaube ich habe nen strahl vergessen denn sonst habe ich keine ahnung wie das weiter gehen soll den weg kenne ich auch schon hier bin ich gerade schon lang gegangen das heißt höchstwahrscheinlich dass ich die auch wieder alle fertig habe und ich wieder umsonst im kreis gelaufen bin so dem da hatte ich schon da gehe ich jetzt nicht noch mal hoch sonst komme ich nur durcheinander aber ich will nicht durcheinander kommen ich möchte gerne möchte gerne einmal im kreis laufen um herauszufinden ob ich die alle schon habe wo geht es hier hin bringt mich das überhaupt irgendwo hin oder ist das okay das ist einfach nur ein verwirrender tunnel ok so lauf den da habe ich auch schon so welcher ist das da hinten geh doch aus dem weg aber da fliegt auch schon so viel glitzer rum was bedeutet dass ich da bestimmt auch schon war oder ja also jetzt mal im ernst wollt ihr mich verarschen hier war ich doch gerade schon die gibt es diese stelle hier irgendwie dreimal oder so ich check das nicht ich kletter da jetzt hoch und gucke ob das jetzt wirklich dieselbe stelle ist oder ob es die mehrmals gibt das kann doch nicht wahr sein wie oft muss ich denn hier noch im kreis laufen die könnten ja mal anzeigen ob ich die streifen Junge jetzt im ernst hoch da meine fresse zeig mir doch den fuchs ach man ey das macht langsam echt keinen spaß mehr muss ich vielleicht da irgendwie in die mitte rein so das da ist der fuchs schon da bin ich mir sicher seht ihr da liegt er weißt du wenn die statu die da hinten irgendwo rumsteht wenn die mal anzeigen würde was man kann da okay natürlich ja natürlich okay also die statu zeigt da sind diese dinger um ihn herum und in der mitte sitzt er was bedeutet dass ich ja vielleicht da rüber muss so wird das aber nix das heißt ich muss hier ich laufe jetzt noch mal im kreis und schaue ob es einen weg da rüber gibt aber den gibt es von da bin ich gekommen glaube ich das heißt ich laufe einfach mal wieder zurück ich laufe einfach dahin von wo ich gekommen bin da geht da geht jetzt bestimmt irgendwas was vorher nicht ging auch wenn ich mich wundere dass diese eulen dinger an meiner statu immer noch nicht leuchten obwohl ich alle vier scheinbar habe ich habe leider auch nicht mitgezählt ich dussel aber da ich jetzt schon mehrmals im kreis gelaufen bin und jedes mal alle gehabt habe okay da muss ich hin aber die lassen mich nicht durch und von hinten bin ich gekommen den da oben habe ich schon dann laufe ich jetzt mal in diese richtung dann irgendwo muss etwas sein das ich übersehen habe denn es gibt ja keine andere möglichkeit dahin zu kommen als anscheinend all diese dinger zu berühren den 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 fuchs dazu zu bringen dass er all diese schreine anheult schreine strahle ich weiß nicht bis